Willkommen im Bärposter. Hier könnt ihr schnell und einfach eure Produkte konfigurieren. Beratung gefällig? Wir haben den passenden Fall für dich. Und hier könnt ihr Kaffeepause machen. Bei uns hast du alles im Griff. Hast du schon deinen neuen Lieblingshoodie? Hier könnt ihr unsere Bögenprobe schießen. Für unsere Kleinen ist auch gesorgt. Ihr wartet dein nächster Bogen auf dich. Wir freuen uns auf euch.